Bam, schon ist die Liste. Alter Falter. Lang. So, und Wetten, wir haben jetzt nichts mehr. Oh, das fände ich Spawning. Spawning in 59 Sekunden und das zählt nicht runter. Ah, jetzt. Ja, doch, bei mir schon. Aber ich sehe das als kein gutes Zeichen. Naja. Nee, nicht unbedingt. Weil das ist, weil wir eben gerade vom Server runtergegangen sind, schätze ich mal. Beziehungsweise, weil wir rausgekickt wurden. Schrecklich Tja, ja Was hattest du gesagt, wo wir waren? Ich hab da was gelesen, aber ich glaube nicht, dass es richtig war KaoZoo3 oder so irgendwie Die App ist mega scheiße geworden Wir stürzen es die ganze Zeit ab Das sah auch eher aus wie so ein Ach, sag an Wie so ein Bauernhof oder sowas Okay Ich trink mal noch ein bisschen Bier Spieler Janis verliert Verbindung Ready? Please wait Und? Ich möchte kein mehr hören Ja, nice Und da hinten liegt neues Lutz So wie es aussieht Hallo Leg dich hin, du Wichser Da ist ein Loli Jetzt sieht man hier auch mal, was hier Sache ist Okay So Ah, jetzt geht's wieder hoch Da liegt ein Rucksack oder? Ist das ein Pulli? Hier liegt ein Knick Wo bist du denn jetzt? Du warst doch gerade eben noch auf dem Dach Ja, ich krieche Hier liegt ein Helm Und ein Hut Ein Hut? Und Magazine Janis on Team Magazine Das hier Nee, das sind Stun-Battonen Noch ein Stun-Batton Achso, ich könnte mal mit der Dings rumlaufen Greys Wetter Mit der Geladenen Denk dran, ne? Wenn du jemanden siehst Erst schießen, dann fragen Genau Ach, damit kann man ja gar nicht vernünftig zielen Egal Wird einfach drauf geschossen Wir sind ja hier irgendwie im Nirgendwo Hier liegt gar nichts Meine Nase läuft Ein Mützchen Ich habe Schwierigkeiten durch Türen zu gehen Hier sind überall die Türen offen Das könnte natürlich auch nicht So super toll Hm Ich habe echt Schwierigkeiten durch Türen zu gehen Das ist unfassbar Was liegt denn hier? Der liegt noch mal Ein bisschen Döhle Red Hoodie Aber hier liegt echt viel Loot rum Also auch auf den Räumen, wo eigentlich nie Loot liegt Ja, aber wenn dann meistens ziemlich Ja, assiges Loot aber trotzdem Bescheiden Da hat mir der andere Server gerade besser gefallen Ja, aber den gab es nicht mehr So Was ist das? Was liegt da? Also mal eine Pistole Spieler Sky verbindet Verbindet Valierung Hier ist alles offen Ja, ich sollte vielleicht auch mal Spitzhacke Ist das Milchpulver oder das Milchpulver Mitnehmen Ich würde mal gerne die Pistole ausprobieren, aber Also nicht Pistole, sondern Hier liegen ja zwei Du siehst, dass hier zwei Trinkflaschen liegen, ne? Ja, ich habe aber eine Okay, ich nehme mir noch eine mit Kann man nie genug voll haben Bei so vielen Spielern müsste ja eigentlich früher oder später weiterkommen, ne? Ja Ich renne mal schnell rüber Dabei weiß, wo wir gerade rumlaufen Hey, was zu essen? Ich glaube mal ein bisschen hintenrum hier bei den Häusern Oh ey, wenn wir gleich den Typen wiedersehen, dann geht ja wieder die Pumpe so übelst Das war auch schon Sport, ne? Wie treiben sie ihren Blutdruck nach oben? Och, ich spüle ein bisschen daisieren Das reicht Weil dafür Also um hier vernünftig zu treffen zu können, ist die Steuerung zu unpräzise Ja Also beziehungsweise das Bewegen an sich ist irgendwie zu Ich möchte die so nicht unterschreiben, ich weiß halt nicht genau, wie es in der Ego-Perspektive ist Ich will gar nicht in der Ego-Perspektive spielen, weil da sehe ich viel zu wenig Bist du hier hinten in einem kleinen Shop drin? Ja Okay Taktical Falcon Ich gehe jetzt auch mal ein bisschen Acht Frames, geil Ich bin bei 17 Noch was zu trinken Geh mal hier in das Haus rein Ah, das ist ja so ein komisches, creepy Ähm Mässerchen Hospital, ne, fällt das deutsche Wort nicht ein Krankenhaus Ja Da wo der Krankenwagen herkommt Krankenwagen Ich versuche mal herauszufinden, wo wir hier sind Ja, tu dies Überall, alles ist offen Alles Sag mir, wenn du ins Krankenhaus reingehst Okay, hier geht's Irgendwo hinten die Pampa Aber Aber Was ist denn hier? White Medical Scrub Head Scrubs Head Also ich möchte gerne so eine Bandana haben, was um die Nase geht Scrubs Head Gucken wir doch mal Ich habe bislang noch nichts gefunden, was irgendwie Auskunft geben würde Da ist eine Kirche Alter, wo hier überall das Lut liegt Es liegt im Waschbecken Cool Ja Ja, da wo es auch hingehört Lässt du deinen Lut nie im Waschbecken zurück? Nein War ich das? Ich hoffe es Hier gibt's auch kein Ortsschild Nur mal ein Schild, wollte ich schon sagen Da steht ein Bulli Ach, der ist aber kaputt Der ist total kaputt Der ist total kaputt So, ich gehe wieder da raus, wo ich reingekommen bin Wo bist du hin? Irgendwo im Dorf bin ich jetzt gelandet, aber ich kann nicht genau sagen, wo Ich suche immer noch nach einem Ortsschild, aber ich sehe keins Der ist ja echt Kuka v3 Fast wie zu Hause Hier gibt's keine Straßensschilder Ich bin jetzt gerade bei so einem Friedhof Das war Mr. Turtle Ich könnte vielleicht auch mal auf den asphaltierten Straßen bleiben Die haben ja meistens Schilder Stopp Oh, hier ist ne Cerno PvP Ich möchte gerne Meine Meine Quintin Auffüllen Ne Ich finde keinen Ich laufe mal ein bisschen weiter Vielleicht sehe ich's ja an anderer Stelle Ist das jetzt voll? Ah, da ist der Bauernhof oder was? Da ist ein Dosenöffner Hast du einen Dosenöffner? Äh, nö, glaube ich nicht Nimm mal mit So Was ist das? Was schwebt denn da? Wahrscheinlich Blut Wieso schwebt das da? Der sieht eher aus wie ein Teil, der nach draußen gehört, aber irgendwie das Ganze nach drinnen geschafft hat So I have filled a canteen with water From the pond K-O-A-X-O-3 So Komm, Junge Komm, Junge Trink mal was Ich bin wieder die Waffe in die Hand nehmen, bitte Dankeschön Ist das denn? Ist das denn? Oh, hier steht Reiß rum Das könnte tatsächlich Berenzino sein, aber ich Aber du? Bin mir nicht sicher Nee, ich mein, das wär nicht Berenzino I don't think so You don't think so? I don't think so Was sind wir denn hier? Nix besonderes Das ist die Stadt mit dem Lolli Nee Dann kann ja sein, dass es jetzt noch mehr Lollis gibt Darauf verwette ich meine Haare und meinen Lolli Und dein Arsch Nein, und mein Lolli Was liegt hier noch? Ach, Samen Ach, jetzt kann ich doch zielen mit der Waffe Gut zu wissen Vier Gebäude, längere Hallen Oder habe ich vorhin mit der Pistole gezählt? Ich hoffe, es ist nicht mehr Ich gehe mal noch ein Stückchen weiter In der Hoffnung, dass ich Bist du bergrunter gegangen? Äh, ich habe keine Ahnung, wo ich lang gegangen bin Ich bin der asphaltierten Straße nachgelaufen Ja, hier gibt es mehrere So, was haben wir hier? Ein größeres Räuschen Backsteinfarben Ich wollte dich gerade fragen, ob wir schon in der Polizei waren, aber Nein Nein Das ist noch eine Kantin Was ist das hier? Ein Heatpack Kann man da durchlaufen? Bitte lass den Zaun kaputt sein Shotgun, Schuhe Alles, was man braucht So Da unten ist irgendwie so ein Bauernhof oder sowas Keine Ahnung Ah, da ist der Lolli Wo bist du noch beim Lolli? In Richtung Lolli bin ich gelaufen, auf jeden Fall Auch Richtung, wirklich Lolli hin? Da ist ein Straßenschild Ich sollte vielleicht nicht so offen auf der Straße rum Oder nein Schmeiß dich in den Dreck Äh Robka Robka Würde ich jetzt mal sagen Heißt das Robka Ah ja, in Gorka sind wir Gorka Der Name sagt mir was, ob ich überhaupt keine Ahnung, wo das ist Das ist, äh Ja, in der Landes, äh, im Landesinnern Ja, da, wo wir auch hin wollten So, dann laufe ich mal wieder So, ja, wohl Ich brauche erstmal noch einen Anhaltspunkt Wo genau ich denn jetzt gerade liege Aber das könnte ich hier sein Dann müsste da direkt hinter mir Da steht ein Haus Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich bin Koa Ne, Koa XO3 Ja genau, das ist dieser Bauernhof, an dem ich vorhin noch vorbeigelaufen bin Da komme ich jetzt mal schnell zurück Ja, ich bin in diesem kleinen Türmchen drin Ich gucke da mal, was es hier so gibt Kann ich da hoch? Nein, die Kleider ist natürlich kaputt So, ich sehe den Lolli Und ich komme in der Nähe von diesen vier Silos raus Diese Kornspeicher oder was das sein soll Ach, da hinten Die stehen ja die vier verrosteten Teile da rum Ja, da in der Nähe In einem In der Nähe bin ich jetzt Ich bin gerade auf dem Weg dahin Ich könnte auch vielleicht mal aufrecht laufen Naja, ich sehe dich Ich sehe dich nicht Ich habe mich auch versteckt Hallo Ach da Guck mal Hätte ich dich gar nicht gesehen Ich hätte dich erschießen können Ja Soll ich mal schießen? Na Nicht auf mich Dann werden wir mal sehen Kommt drauf Irgendwann mal, ne? Dann, wenn du ein Auto findest Dann erschieß ich dich Hey, wir sind ein Part 100 Baff Genau Das Leiternklettern Hat ein neues Symbol bekommen Wo ist denn Da ist eine Leiter Ich muss Gucken Ja Das ist schön Gibt's da oben was? Nö Ein Haufen warme Luft Du hast ja einen schönen Rucksack Ja So, wo wollen wir denn hin? Weiß ich nicht Da ist der Schwarzwald, sehe ich gerade Black Forest Ich möchte gerne wieder runter Hallo Ich bin hier runter Oh Das hört sich nicht sehr schön an Wie bist du denn da hochgekommen? Bin gefallen Gefallen? Ja Also wir können, wenn wir nach Westen laufen Ja Uns Richtung Airfield vorarbeiten So, warte mal, jetzt muss ich ja erstmal gucken, wo wir überhaupt sind Wenn ich in Berenzino bin, wo bin ich denn dann? Berenzino Wenn du Berenzino guckst, musst du Ich muss das ganze Ding hier nochmal ausschalten Links So ziemlich genau fast links von Berenzino Da liegt Gorka Ach da, ja, da war alles voll mit Icons Nein .